Heute die alles entscheidende Frage. Lügt Nebelnig oder bin ich der Illuminat oder ist er einer? Lubina! Okay, hier habe ich was zum Nachgießen, ein bisschen Corona und probiere. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm, aber naja, okay, noch einer. Was kriege ich von den Nebelnig, wenn ich das ganze Ding ausdrehe, ich trinke sie jetzt komplett aus. Ja, 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 ja. Ja, ich bin das Brinde, das Brinde. Lige für warm ohne Ende. Ich habe gerade mal die Hälfte gesagt. Es ist ... Alles gut. Okay, so viel ist noch übrig. Mmh. Mmh! Die Liga, ich brauch zuletzt. Mmh! So viel. Letzter Schluck! Der! Der! Nichts mehr drin! So, der ist Cola groß, Freunde! Und guck mal, der Monique, was ich zur Rettung hab! Das war ein paar MLG-Kopfhörer. Ich glaub, die Rettung geht auch nicht mehr vor dem Tod von Lupina. Sagt meinen Eltern, dass ich sie lieb!